moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wo ihr die fünf ringe in der luft bei weeping woods finden könnt von der wochen herausforderung der woche 7 und zwar haben wir hier schon den ersten ring leute markiere ich euch auf der karte befindet sich hier auf der markierung bei dem großen baum so den sammelt die einen leute und wenn ihr den eingesammelt habt lauft ihr einfach richtung süden also könnt ihr bei gruppenkeile machen oder was auch immer wo ihr genug mensch habt könnt ihr euch einfach hier geradeaus weiter bauen richtung süden und dort sehen wir auch schon den zweiten ring so markiere ich euch auch auf der karte der zweite ring befindet sich hier auf dem baum quasi gegenüber von diesem gebäude hier von der basis und ja wenn ihr zum dritten ring wollt leute einfach weiter geradeaus richtung süden und dann laufen wir auch schon geradewegs auf dem dritten ring zu so wer befindet sich nämlich hier oben auf dem baum so markiere ich euch auf der karte genau hier und wenn ihr den eingesammelt habt geht ihr richtung westen westen südwesten und dort habt ihr auch schon den nächsten ring so hier auf dem baum leute kommen wir nun zum letzten ring zu dem fünften ring dort läuft ihr einfach weiter richtung westen so genau und der befindet sich nämlich hier unten leute danke ich euch auch einmal so der letzte fünfte ring befindet sich hier ja das war's dann auch schon mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe euch ich konnte euch weiterhelfen und falls ja dann schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal